Jahr für Jahr zaubert der Verein Biker zeigen Herz für Kinder ein Lächeln in die Gesichter von Kindern aus Dessau-Roslau. Auf selbstorganisierten Benefizausfahrten sowie Benefizkonzerten sammeln die vier Motorradfreunde Spenden für Projekte, die das Leben der Kinder bereichern und verschönern. Seit 2016 unterstützten die Biker acht Projekte. Rund 200.000 Euro kamen über die Jahre zu sammeln. Spielplätze wurden gebaut, der Kinderklinik etwas Gutes getan und Therapien finanziert. Für ein Lächeln der Kinder ist den Bikern mit großem Herz keine Hürde zu groß.